Horror-Dula, die werd ich als letztes raufnehmen, ne? Willst du mich verarschen? Ich hab ja auch nen Bremsweg. Die wärs, weil du nicht nur bremst, sondern auch den Daumen vom Gassen nimmst. So, also. Ich höre. Ja, und jetzt musst du mal gucken, wo ist die Verkaufsstelle Nord? Das hätte ich gerne mal von dir in Erfahrung gebracht. Wo? Während ich hier... Oben ist das. Nord, ne? Während ich hier mit dem Ballenwagen hochkutschiere. Warte. Und ich will das rauchen. Das nimmt ja sowieso nicht. Du wirst mitkommen zur Verkaufsstelle Nord. Wieso denn? Denn wir werden nicht alle Ballen verkaufen. Ähm, das ist schräg über Feld 10 drüber. Okay, 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 okay. Da oben das ist. Also, ich werd mitkommen. Ja, und dann wirst du die Kackeballen da reinschmeißen. Achso, ja, wir schmeißen die Kackeballen da rein. Dachte ich zu. Ja. Oh, du, die werd ich als letztes raufnehmen, ne? Nee. Warum... Willst du mich verarschen? Ich... Ich konnte ja... Ich kann so... Ich hab ja auch einen Bremsweg. Wie wär's, wenn du... Nicht nur bremst, sondern auch den Daumen vom Gassen nimmst? Ich mein, ich frag für einen Freund. Äh... Wollt ich nicht mal einsteigen? Wo willst du einsteigen? Bei mir? Ja, bei dir, ne? Ja. Boah, Dula. Hä? Was möchtest du? Da siehst du nämlich mal, wie gut ich fahre. Boah, Strunzlappen. 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 Wie komm ich? Achso, bin ich drin, ja. Drück mal auf den rechten Stick. Auf den rechten Stick. So. Ahja. Du hast dich gerade von mir erschrocken. Nein! Du hast dich also gerade von mir erschrocken, ja? Nein. Können sie eventuell nicht ganz so in die... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist sehr hügelig, nicht wahr? Wir haben sieben Ballen, ne? Wie viel müssen wir abgeben? Vier bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Haben sie hier einen Beutel unterm Sitz? Ich hab einen Beutel neben mir auf dem Sitz. Der ist hoppelt. Oh, 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 oh. Mhm. Ja. Ich wusste es. Ich glaube, diese hier ist es, ne? Ähm, was? Diese hier, ne? Nord. Ja, ich seh nix. Ich guck genau vor den... So. Ich lad mal ab. Ja. Da kannst du dir die Ballen, die du weggeben möchtest, einzeln drüber tragen. Ja. Bist der Auftrag erledigt. Wo ist denn hier? Ja, aber die anderen müssen wir hier wieder mitnehmen, ne? Naja, die Läden lade ich dann wieder auf, das ist schon klar. So, dann nehmen wir erstmal den Karottenschiss. So. Ich kenn dich ja auch noch. Ich glaub vier Stück, oder drei Stück. Warte mal. Na, wir werden... Na, wir werden... Na, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr. Wie war das nochmal? Fertig! Ja. Guck mal. Zwei rote und ein Dings hier. Und ein Dings. Cool. Ja, siehste. Kannst du die ein bisschen hintereinander legen? Würde mir die Arbeit sehr erleichtern. Jetzt wollen wir halt... Ja, also, wie soll ich sagen, also... Die Rollen, nicht wahr? Warte, wir machen's anders. Da. Oh, du... Is der Ballen radioaktiv, oder warum leuchtet der so merkwürdig? Ja. ja das ist das ist spezielle sie da ach nee nein ich muss ein nein ja okay dann sind wir fertig dann können wir wieder runterfahren kannst du bist schon so schnell ist das feld 7 erledigt sehr schön sehr schön ja er kann der kann ja ja das ist haben wir noch mehr aufträge nein ihr könnt jetzt auch weiter schlafen wir haben november hust was ich lese okay warum hustest du du lager sind wir erst ab drei promille sind nein also wir könnten rein theoretisch können könnten wir gegebenenfalls mal möchtest du einen lieferauftrag machen ja sojabohnen oder raps sojabohnen warum was gibt mehr weiß ich nicht gucken wir gleich mal dann können wir dann stellen wir die schafe auf und 30 wir brauchen dann ja schafe und nicht so schafe dann brauchen wir irgendwann ja so ja so nicht leider kleider kleider kann man nicht kleiner kammer wie war das usa kommt usb leider hier wie heißt das denn eine schneiderei eine näherei so eine reihe rei das reihe hat die katze am rauschenden bach so alle fährt hat im prinzip wer bremst verliert ja würde ich auch ja ja aber einer von uns beiden muss anständig bleiben dann sind wir ruiniert also nehmen wir jetzt hier mal so ein auto ach nee das ist ja dieser haben wir zwei so teile an den großen einen nur ein auto davon wir brauchen noch mal so ein teil jeder auch so ich kann doch mit kleinen anhänger fahren ja ist das aber ist nur schafft mein traktor das aber der ist der sick der ist weg das ding das teil wie heißt das also warum macht das ist an dem wasserfass aber nur die presse waschen die presse waschen ja die presse ist oh du jetzt werden wir mal hier ja dann würde ich sagen kann wir erst mal den blauen zu schrauben hallo allein den hohen hallo wir fahren hier gar nichts zu schrott weder das eine noch das andere mit dolly kann ich das ok mache ich bin jetzt hier gerade beim dolly ich den es raus bevor ich den wagen damit ihr auch seht was ich meine jetzt ist das muss bestimmt wieder zum industrie park ja wir brauchen schotter hoffe dass mein traktor das schafft in den raps und guck mal das muss hier nach löser der ding äh löser dumm ding dong das nützt ein langes leben wenn es keinen spaß macht das stimmt wo ist unser so guck mal wie schön ich das kann also hoffe ich wir haben doch irgendwo raps drin wo ist denn das tadaa oha also hast du jetzt einen raps aufgenommen angenommen oder was ja das muss hast du denn alles andere mal beendet nee ne löser dong ding dong machst du mal eben ich muss mal ganz kurz abschließen wie viel raps haben wir denn wo haben wir raps nein ich dachte wir haben raps also wir haben das beste an ganzen weihnachtsgedöns ist die nutz die nougat zapf ja nougat zapf ja ich hab ja nougat bekommen einen nougat mein geburtstag die darf ich erst essen wenn frau doktor anwesend ist das heißt werde krank und schlank werden gar nicht ist der ruf erst ruiniert lebt es sich ganz unteniert ich finde auch das ist also wir müssen jetzt raps da rein machen ja 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 raps und hier sind die sicher ja du bist da ganz sicher ganz sicher wir können auch so der boden können wir auch fahren aber raps aber glaube ich abgekoppelt hast du ich habe komischerweise nicht ich bin ich falsch gefahren ich hätte anders fahren mein traktor schafft das er schafft das was ist denn das hier hinten so du bist sicher dass du dir das ja ja macht mich nicht narsch macht mich nicht narsch wie krieg ich das denn raus aus dem großen teil abwarten bis der hügel kommt ja mit 42 geht schon wo ich lang gefahren bin gerade hast leider das glück warte mal du fährst und 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 die leute sehen dich nicht da los ach du fährst du denn hinter dir hinter mir ja ja wir müssen die erste langsam bürger fahren das ist alles gut gewesen bist du geredet hast und jetzt steckt weil du was was man oh 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 okay guck bist du mal hier ist doch langsam so das gras ist hier andersartig dann irgendwie sieht das merkwürdig aus oder hinter dir wie soll ich das machen herauskrollen aber egal so hier soll ich ja ja alle mal glaube kornschieber wäre jetzt gut oder ja dass sie auswählen ob ich doch abgibt seite hinten kornschieber gibt es links oben und kreuz nach unten kornschieber ja hatte ich gehe mal auf mein bild dann sieht man wie es was du tust da hinten dauert ein paar ewigkeiten aber ja mal was macht er denn da er gibt das hinten raus guck mal so ja normalerweise gedürftet er nicht hochgehen oder macht er denn da normalerweise dürfte der nicht hochgehen ich warte mal das muss bestimmt was es gibt es ja was gibt es ja noch schubboden schubboden also ich weiß jetzt nicht ob das so ich also wenn man nicht guck von vorne hängen im dach es ist der schubboden was für den du brauchst schubboden ja ich nehme den schubboden ja ich so jetzt muss ich mal kurz gucken ja ich war mal auf mich dann kannst du mal sehen wie man das richtig macht guckst du hier guck ich da r y da hast du gesagt ich brauche kornschieber das ist halt mir mal zu boden mit dem burschen zu boden im brüchten und boden bieter knecht im schnall viola was die die kohle melken kohle ja ich lege mich da drunter was was kohle aus dem euter ob ich hier noch nix hätte ich ja wirst du ja willst du so ja auch wegen mir ja wir machen wir können ja nicht immer so viel zeit das hast du schon mal abgeschlossen nein das mache ich jetzt ja weil ich muss sich doch dafür an den rand stellen sonst passieren wieder sachen hatte so verkaufstelle lsmt wo ist das unter umständen ja dann nehmen wir das das brauchen auch zwei drei liter 300 liter dann können wir das feld kaufen und kaufen uns die küchen küchen allerdings nein die heißen die küche strecken und recken warte ich habe gelesen oder haben sie kann ich lenken ach ich kann ja auch auf automatik und kaffee marsch kriegt ja auch sofort die muss nur um die ecke kommen um die ecke so ja kordula kordula auch so eine kordula die rippelt auf das ist ein gerippelt das hat auch sein gut wenn man die aufbütteln jeder haste batten voll in der hand boah wer von euch kann watte anfassen ja malin sie kriegt ein blümchen oh malin sie kriegt ein blümchen ich könnte einfach so watte anfassen ich kann es nicht gut ja oh gott also wattepads kann ich ganz gut anfassen aber watte an sich älter watte mir krabbelt das immer über den rücken wenn ich watte anfasse uhr da krabbelst mir über den rücken nein genau danni nein auch wenigstens einvertrauter wenigstens einvertraute schickt ihr karton mit mit watte ich traue mich schon gar nicht eine pfeife zu rauchen warum denn du weißt doch mit dem abbeißen und so ach so warte kann ich aber styropor styropor geht auch nicht styropor ja doch was gar nicht lsmt was ist das denn wo müssen wir hin was müssen was muss ich laden sojabohnen lsmt wo ist das hallo bini wie lange das sich nicht als glaswolle rausstellt styropor kann ich auch nicht um gottes willen markierungen setzen ich markierung gemacht ich habe eine markierung gemacht siehst du die nein ja auch nicht achschnitzel ächsel gut gibt hier keine sojabohnen wohl habe ich drin gibt sojabohnen ganz links so jetzt fahren wir mal wo fährst du denn hin ja wo bist du denn immer ich bin am besten fahrst du mir hinterher das weiß ich nicht ob das so eine gute idee ist das ist eine ganz grandiose idee ob die idee so gut ist das weiß ich auch noch nicht so genau so vertraue ich ja lieber grit hahaha die weiß wenigstens wo der weg lang geht unfassbar so wir fahren hier eine abkürzung weil besser außerdem ist das unser feld erinnerst du dich an gestern und die 400 meter und was ich dir darüber sagte ach so ja ich erinnere mich gut fahr weiter äh der stream läuft heute mal außerweise richtig gut das ist gut das ist sehr gut der braucht ja auch pinke felgen ne wer braucht pinke felgen nein doch doch guck nein das sieht schön aus wohl weg du hast doch nicht mal irgendeine werbung für uns drauf ich war für unseren hof hier werbung ja ich wollte ich habe heute gibt es rabe am stück was gibt es heute oh du lagen gehen sie weg das dürfen sie nicht nein bist du ein dreckschein haha also dieses unglaublich selbst auch im feld sind diese verkehrsraudis unterwegs ich habe das gesehen du bist gelüpft ja wer kann der kann habe das gesehen du musst auch auf stuppe boden oder wie heißt das was für ein ding diesen schuppen boden oder das ding da ist musst du gehen ne nicht immer hab die klack auf die kopf die hat was soll ich jetzt dazu sagen an so nicht arbeiten die hat sie mir auch verpasst was soll ich sagen was glaubst du von wem ich so ein lied habe ich habe mir das heute übrigens zum ersten mal angehört nachdem sie das tausendmal gesungen hat liebe gritt gibt es mal bei 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 dings ein bei youtube und nimmt das originalvideo wirklich cordula grün ich habe sogar schon wieder vergessen wie der typ heißt der da singt oder so ja könnte sein fertig hast du den auftrag abgeschlossen nein kannst du machen nein danke ich bin beschäftigt wir wir kaufen jetzt ein scharf was hältst du davon wie mir das mal überhaupt hier lang rein theoretisch also ich möchte sind werde mich da auch nichts äußern ich glaube du steckst fest mich deutsch na so was guten tag ich häng wirklich fest das ist nicht lustig habe mir dolly ja ich ja auch oder was Nee, 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 nee. Du hast nichts zwischen deinem Traktor und deinem Anhänger. Äh, das stimmt. Aber wo hängt er denn? Der große Anhänger ist im Baum hängen geblieben. Das ist aber nicht schön. Das ist nicht schön. Wir hatten im Bus einfach Cordula Grün am Laufen gehabt. Na, das ist, ganz ehrlich, ich kannte das Lied nicht. Sie singt das ja schon, ich weiß nicht, wie lange ich sie kenne. Und ich habe das heute tatsächlich zum ersten Mal gehört. Also wenn Texts einmal hören, dann kannst du den Text auswendig. So, bist du jetzt fertig? Bin fertig. Können wir die jetzt wieder da hinstellen? Ja. Aber erst mal putzen. Erst mal putzen. Hat der Dab uns auch geputzt, Björn? Natürlich. Hallo. Was ist denn das? So. So ein LKW-Anhänger wird auch schmutzig. Hallo. Genauso wie dein Traktor. Ja, ja. Außerdem muss unser Logo ja auch zu sehen sein, ne? Das stimmt ja auch, ne? Oh, ich komme ja nicht über das. Das ist das. Depp will die Sau charmant gratios macht den Metz, dass den Metz, der kann zu gewöhnen. Oh mein Gott. Oh, was ist denn das für ein Baum? Nee, 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 nee. Es ist tatsächlich, das Ding hat Text, wirklich. Was auch das? Ja, das hat... Ich muss das jetzt waschen. ich habe ja auch gewaschen siehst du doch jetzt machen wir erst mal der ist schließen erst mal ab jetzt machen wir mal es und es hat die dolly also wieder weg bringen ja 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 hauptsache felgen logo ist immer noch nicht drauf ja ich sage dazu nicht die felgen gemacht aber das logo nicht drauf genau das ist sie genau philipp genau das ja das habe ich jetzt der pinke pinke felgen aber aber das logo unseren hof musst du präsentieren ja ja doch ja doch ja also ja hast du gerade ja doch gesagt weiß was das bedeutet der neunte tag mit folge zählt werden was der neunte tag mit folgen zählt ja 2100 nix wohl nein nein allein für jahr doch jetzt fahren wir erstmal nachher machen wir noch ging es drauf so frank 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 dankeschön für das follow ja das hat sie gesagt siehst du sonja hat das bestätigt so 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 Oh! Hörst du mich? Was? Bei mir hat es den ganzen USB-Hub abgesagt. Wie ist das denn passiert? Der komplette USB-Hub einmal aus. Keine Tastatur, keine Maus, kein Controller, kein Headset, kein Gadex. Oh, aber jetzt gehst du doch? Headset hängt ja auch dran. Oh, merkwürdig. Ich habe einen USB-Hub. An dem hängen Tastatur und Maus, mein Controller, die externe Soundkarte mit dem Headset. Also ich konnte nichts machen, gar nichts. Ich konnte keine Tastatur bewegen, keine Maus, kein Nix. Das ist übel. Ich habe gedacht, du ignoriert mich. Du bist wie Cordula Grün gesungen, ich glaube auch.